Max, herzlichen Glückwunsch zu Goldenen Kamera von Hör zu. Du warst total überrascht und wusstest gar nichts. Stimmt's? Stimmt genau. Ich war eigentlich nur Begleitung meiner Agentin. Und sie hat gesagt, sie hat sie eingeladen und würde mich gerne mitnehmen. Und ja, da habe ich mich natürlich schon super gefreut, weil allein mal hier zu sein und dann mit El Pacino hier in so einem Raum zu sitzen, das war schon großartig. Aber dann, also ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Wann wirst du den Führerschein machen? Sehr bald. Also morgen oder so. Heute erst mal Party? Auf jeden Fall. Also dann verschiebe ich das mit dem Führerschein nicht auf morgen, weil ich glaube, morgen bin ich nicht in der Lage, irgendwas mit Führerschein zu machen. Morgen ist auch Sonntag. So, genau. Alles klar, Max. Alles Gute. Vielleicht noch eine Frage, was ist dein nächstes Filmprojekt? Genau, jetzt habe ich gerade kein Filmprojekt. Ich bewerbe mich eigentlich die Zeit an Schauspielschulen und spreche das so vor. Und ja, und jetzt habe ich aber gerade erfahren, dass ich auch ein dreimonatiges Ausland, also ich kann in der Lü-Strasberg-Schule mal vorbeischauen und das werde ich jetzt wahrscheinlich dann als nächstes machen. Und ja. Viel Erfolg. Dankeschön. Und danke fürs Interview. Danke auch. Danke auch. Danke auch. Danke, danke auch. Danke auch.